eine interessierte Möwe setzt sich gerade auf der Reling nieder und kräht ihr zu. Meins. Ich würde Dragan anschauen, Dragan. Hol ihn in fünf Minuten runter. Mach sicher, dass er tot ist. Bring ihn zum Boran-Tempel und ich denke, wir werden heute noch ablegen, also Laufschritt. So verstanden. Wunderbar. Meins. Moins. Die fehlt der hamburgische Akzent. Moins. Moins.